So, hallo meine lieben Freunde, diesmal ist der Dreamtex wieder dabei. Jo, hallo. Wir haben ja einfach mal so aus Fun angefangen zu spielen und ey, das macht so Spaß gerade. Ich hatte meine erste Hellstorm Market und jetzt geht es auf Turbine noch. Das ist doch schön. Ah ja, schön. Eine gute Erinnerung, aber das kann ich mittlerweile nicht auch so mittelmäßig. Ja, es geht. Aber irgendwie ganz ehrlich, wenn wir zusammen spielen gehen, in einem Team sind wir definitiv besser, das merke ich. Ja, keine Ahnung. Oh, der Prophet. Hä, was? Wer? Haha, der Mr.Tax. Haha. Oh ne, so ein fetter Hubschrauber gleich direkt. Geil. Der ist von uns. Ah, das stimmt, der ist von uns. Hab ich auch grad gesehen. Unser Radar. Ich schmeiß auch grad was spitzenmäßiges Eigenfälle. Ich taxier euch alles. Oh, Alter, das ist so laut, aber wenigstens hör ich was. Dann hab ich es halt ein bisschen lauter. Ich hoffe, das ist alles im Video nicht zu laut. Weil wir haben die, ich hab die Toneinstellung innerhalb von Millisekunden gemacht. Wir haben keine Minute gebraucht. Ja. Ich hör jemand. Hier, nimm. Servus. Ähm, ne Frage an die Community. Und zwar, wir haben uns letztens ein neues Spiel geholt. Ähm, wollt ihr ein LPT davon... Fuck! Sehen. Also das Spiel heißt Fuck! Und äh, sehr schön. Äh, ne, also Spaß beiseite. Äh, Deffchens heißt es. Ähm. Und ja, wie gesagt, wollt ihr davon ein LPT sehen? Wenn ja, werden wir das auch machen, weil wir brauchen dringend ein neues LPT. Jetzt... Ich hab grad einfach mit meinem G-Wild rumgeschossen eingetötet. Ha! Cheater. Hä? Ja, ja, du darfst weiterreden. Ja. Also wie gesagt, sagt uns da mal Bescheid. Weil dann, äh, machen wir das. Ne? Machen wir. Jo. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Boah, warum nicht? Profit Feed. DreamTax. Ich nenne dich ab jetzt Mr.Tax. Ist der neue Spitzname. Echt? Mr.Tax. Da weiß ich irgendwie japanisch an. Fuck! Shut the fuck up, bitch! Ey, wo sind denn alle Gegner hin? Oh man, da rennt der Sack raus. Mano. Wir haben schon so'n Kohle-Konterspionage und dann... Hä, wo sind die hin? Fuh! Nö. Nein! Oh, hat bei uns eins eine 30 zu 2 dieser Jack 90. Der ist anscheinend nicht so schlecht. Hä, was? Wo? Ne. Hä, was? Was'n Leck, Alter. Ich hab ein halbes Magazin auf den gefeuert. Der stirbt nicht. Oh man, von hinten. Ja, ich bin auf jeden Fall besser als du. Ich glaube, wir können uns auch gleich immer neue Lobby suchen, denn die ist nicht so... Wir hätten in der bleiben müssen, einfach direkt aufnehmen müssen. Weil die Lobby, die war so geil. Wir haben Hijacket gespielt, Alter. Das war Krieg auf neuem Niveau. Naja, ich hab meine erste Hellstorm-Rakete. In der ersten Runde und in der zweiten liegt dann gar nicht mehr so, wie wir wollten. Oh, ist einer von mir. Oh man, ey. Vorhin hat mich eben, äh, eben grad vor ein paar Sekunden, dieser Chickenbob hat mich gekillt. Der müsste zwei Oster hinschreiben. Chickenbob. Alter, wie geil. Hunter-Killer-Armee. Ha! Ha! Wie geil! Mein erster Schuss geht aufs Auto. Mein Gegner steht daneben und das Auto fliegt in die Luft. Wie fett. Ich probier's noch einmal, der Tag dem UMG einfach wird in der Gegendraum schießen. Na, klappt diesmal leider nicht so gut. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Hat grad jemand bei mir so gesagt, so'n französischen Arsens. Abschuss bestätigt. Ich mag Franzosen, ich find die geil. Ich hasse nur die Sprache. Gerade die Sprache, die mag ich irgendwie. Nicht, wenn du sie lernen musst. Also, so'n deutsche... Ja, wenn ich sie lernen muss, dann ist jede Sprache scheiße. Kannst du sagen, was du willst? Ja. Ich mein jetzt aber so, äh... Des enceins. Weißt du, sowas? Das find ich geil. So'n deutscher mit französischem Akzent find ich geil. Kannst du sagen, was du willst? Ja, solange deutsch kann ich, äh, nichts französisch lernen muss, ist alles okay. Ja, alles gut. Ne, leck'n toter Mensch. Mit zusammengekniffenen Beinen, da wo du und eine kastriert, ne? Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Hä? Oh man. Ich wollt' jetzt... Ah, zwei Leute, scheiße. Ich leb' bestimmt schon seit fünf Minuten. Ich find' einfach keinen mehr, der mich abschieben könnte. Haha. Gib's zu, du kämpfst in der Ecke und heulst. Ne, ich bin grad getötet worden. Ah ja. Konterdrohne nähert sich. Was, ne Konterdrohne? Ich kenne nur Angristdrohnen. Drohungen. Haha. Oh man. Oh man, das wär so cool gewesen gerade. 48-2, was geht denn bei dem? Was? Was'n Typ? Jacken, 90. Kratten. 49-2. Oh, 49-3. Oh, er ist wieder gestorben. Oh, oh. Der wird wohl gerade einer zu Hause ausrasten. Das ist bestimmt so einer, der, äh, crack-süchtig ist oder so. Nice. Ja, bestimmt crack-süchtig. Der irgendwie so total... Uah, rage. Ja. Jetzt killt er. Jetzt killt er. Ah, jetzt wieder. 50-3. Hey, raus geht immer dem, ey. Ich bin froh, nicht die ganzen Leute. Ich hörte gerade nie am Mikrofon sprechen. Wo rennt er? Ich seh ihn, ich weiß, wo er ist. Nein. Das war meiner. Der Camper und der heißt auch noch so. Ne, Fun Gamer. Ich hab Fun Camper für gelesen. Pfff. Pfff. Och nein. Ich wurde gerade getötet. Ich dachte, ich könnte meinen letzten Abschluss oder so landen. Nein! Nein, 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 nein. Piep. 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 Ich will noch jemanden töten. Ja. Ja, haha. Ich hab noch gerade einen gekriegt. Aber nicht den letzten. Nee, leider nicht. Aber egal. Den hat er Jacken 90 mit 54. 4. Ach, übrigens wir spielen Abschlussbestätigt, um das nochmal klarzustellen. Ja. Ähm, okay. Den hab ich vorhin gekillt. Da hab ich Fun Camper gelesen. Hier, Jacken 90 mit Neifer. Lol. Oh, guck mal, was der gemacht hat da oben. Alter, 54. Boah. Ach, jetzt bin ich auf Level 34. Ich hab noch 14 EP gebraucht letztens. So, gut. Wir tun aber mal die Lobby wechseln und wir sehen uns dann in der Folge. Nummero. Ich weiß nicht mal welche Folge es ist. Gut. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. Tschüss. Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was zu gut findest, was nicht. Liken, Abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.